Deutschland, Europa und das transatlantische Bündnis befinden sich durch die aggressive Außenpolitik der russischen Führung in einer wirklich neuen Lage. Unsere Sicherheit wird nicht nur durch die völkerrechtswidrige Annektierung der Krim und der versteckten hybriden Kriegsführung in der Ukraine gefährdet. Auch bewussten Falschmeldungen durch Trolle und russische Auslandsmedien müssen wir ganz klar entgegentreten. Auch sind Angriffe auf sicherheitsrelevante Informationen im Netz ein zunehmendes Problem, wie jüngst der Cyberangriff auf den Deutschen Bundestag zeigte. Im Bundesfachausschuss haben wir uns von Experten auf den neuesten Stand der Gefahren bringen lassen und werden nun politische Maßnahmen erarbeiten, wie wir unsere Informations- und Versorgungsnetze vor feindlichen Angriffen schützen können. Hinzu kommen die Einsätze der Bundeswehr zur Bekämpfung des IS, die Bündelung der militärischen Kräfte in Europa, die Neuausrichtung der NATO sowie auch alle Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch die Freiwilligendienste in unserem Land einschließlich des Freiwilligendienstes in unserer Bundeswehr. Wir leben in wirklich bewegten Zeiten und unser Bundesfachausschuss trägt wesentlich dazu bei, dass die programmatische Ausrichtung unserer Partei in Fragen der äußeren Sicherheit wirksame und für unsere Bürgerinnen und Bürger überzeugende Antworten liefert.